Samstag, 15. Februar, 14 Uhr, Hansch Arena, SV Meppen gegen 1860 München, 1 zu 1. Erik Domaschke, Fannik Jose, Hassan Amin, Dilo Luers, Luca Tagilic, Markus Blalmayert, Florian Eckerer, Valand, Rama, Stefan Budkammer, Nico, André Antimat, Danis Urf, 1860 München, Marco Hiller, Marius Wilsch, Billi Steinhardt, Danis Erman, Dennis Tresel, Daniel Wein, Evkan Bikulu, Aron Bitzel, Stefan Lex, Sacha Mülders, Noel Neumann, Uhrzeit, 15.03 Uhr. Schade. Schade. Schade.